Oft lernen wir durch den Zufall, was wir durch viel Mühe und mit geplanter Arbeit nie gefunden hätten. So beginnt eine ganz wichtige Abhandlung, die am Anfang der Fotografie steht. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Das Periodensystem des Alltags. Wir beschäftigen uns heute mit der Fotografie und mit der Kunst des Entdeckens. Am Anfang der Fotografie steht ein Gelehrter namens Johann Heinrich Schulze. Der hat jetzt vor 300 Jahren etwas versucht und ist dabei auf etwas anderes gestoßen. So ähnlich wie Kolumbus versucht hat, nach Indien zu segeln und dann Amerika entdeckte. Der Schulze, so sieht er aus, also wirklich noch eine Figur des 18. Jahrhunderts. Herr Schulze lebte in Halle und hat versucht, einen Stoff zu entwickeln, der im Dunkeln leuchtet. Einen Stoff, der Licht ins Dunkeln bringt. Und stattdessen hat er einen Stoff gefunden, der schattig wird, wenn Licht kommt. Also einen Stoff, der lichtsensibel ist. Das möchte ich heute mit euch machen, das Experiment von Herrn Schulze, was er hier in dieser Bibliotheca Novissima Observazione erstmals veröffentlicht hat. Ihr braucht dazu Silbernitrat, was man im Internet bekommt. Früher wurden Warzen auch damit behandelt, also Warzenstifte bestanden aus Silbernitrat. Vorsicht, ist ätzend und vor allem, es macht sehr, sehr schwer rauswaschbare schwarze Flecken. Und das bekommt ihr in jedem Baumarkt ein bisschen Abtönfarbe. Dann braucht ihr noch ein Glas und einige Materialien, mit denen ihr Fotogramme herstellen wollt, die möglichst fein sind. So, wir fangen an. Als erstes gieße ich hier ein bisschen was von meiner Abtönfarbe hinein. Ihr könnt auch Kreide nehmen, also Herr Schulze hat seinerzeit Kreide genommen. Und hier hinein kommt jetzt eine Prise von unserem Silbernitrat. Oh, ein bisschen viel. Wenn es nötig ist, können wir das auch noch ein bisschen verdünnen mit destilliertem Wasser. Und jetzt haben wir schon eine lichtempfindliche Schicht. Jetzt können wir hier drauf mal eine Probe machen, indem wir ein paar Buchstaben draufkleben. Und schauen, wenn wir das ins Licht halten, was dann passiert. Ich gehe mal gerade zum Scheinwerfer und mache das. So, ihr seht, das ist dunkel geworden. Und wenn wir jetzt unsere Folie abziehen, sind die Buchstaben sehr gut zu sehen. Also da, wo das Licht draufgekommen ist, ist es dunkel geworden. Und da, wo Schatten war, bleibt es hell. Das ist ein sogenanntes Fotogramm. Und das Schöne ist, wir können das immer wieder machen. Ich schüttel das und schon ist unsere Flasche wieder erneuert. Und bereit für einen neuen Versuch. Jetzt nehmen wir diese zwei Glasschalen, die so ineinander passen. Das sind Petrischalen. Und dazwischen können wir unsere lichtempfindliche Flüssigkeit gießen, unseren Schattenträger, wie Herr Schulze es sagte. So eine pastige Masse. Und wenn ich es jetzt hier drauf tue, dann seht ihr, wird das so richtig schön nach allen Seiten gequetscht. Und da drauf lege ich jetzt mal eine Feder und auch ein platt gedrücktes Ginkoblatt, weil es so eine schöne Form hat. So, jetzt probieren wir es nochmal. So, wenn wir jetzt hier das Blatt und die Feder vorsichtig wegnehmen, dann seht ihr, dass wir ganz reizende Abdrücke bekommen haben. Ganz genau und akkurat. Es ist klar, von diesem Fotogramm hier, was Herr Schulze vor 300 Jahren entdeckte, bis zu einem modernen Foto ist ein weiter Weg. Denn hier fehlt ja noch die gesamte Optik, die den Fotoapparat ausmacht. Das ist die Chemie, die dazugehört. Nämlich, dass man Salze findet, die dunkel werden, wenn Licht auf sie trifft. Das ist das Geheimnis der Fotografie. Erst 200 Jahre später, in Frankreich, wurde dann wirklich der Fotoapparat entwickelt. Aber das ist der allererste Anfang. Also, gebt beim Experimentieren dem Zufall ab und zu eine Chance. Seid aber auch immer vorsichtig. Wie gesagt, beim Experimentieren mit Silbernitrat können böse Flecken entstehen. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal.